Regen! Ja, diese Tage haben wir nicht so gerne, aber sie gehören dazu, dass die Sonnentage noch schöner erscheinen. Und wie das Grossmami aber schon gesagt hat, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur schlechte Anlegungen. Und für das dir das nicht passiert, natürlich, falls mal einen Sonnenregentag vor der Türe steht und du raus willst, dann haben wir deine Ausrüstung. Du bekommst hier Regenjacken von Heli Hansen, Columbia, von Ice Peak und vielen Marken mehr, ab 100 Franken. Und wenn du nicht kommst, bleibst du im Regen stehen. Nein, natürlich, wir lassen dich nicht im Regen stehen, komm vorbei, wenn du nicht kommst, du bist selber schuld.